Musik Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören, im Kinderradio. Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Musik Lalalalalala, ich freue mich auf den Kontrollflug. Bei so einer klaren Winterluft kann man bestimmt bis an den Alpenrand sehen. Etienne, willst du nicht mitfliegen? Komm! Hans-Peter Diesel und sein Mechaniker Etienne schieben mal wieder den alten Doppeldecker aus dem Hangar. Draußen herrscht Bilderbuchwetter. Eine frische Schneedecke hat den ganzen Schanzerkopf eingehüllt. Raureif verzaubert sogar den hässlichen Stacheldraht am Rollfeld in eine blinkende Juwelenschnur. Die Sonne lässt Millionen von Eiskristallen funkeln. Pit reibt sich die Hände und pustet weiße Wölkchen in den blauen Himmel. Pah, unglaublich ist das herrlich. So ein blitzblanker Himmel und keine Wolke zu sehen. Wenn du aufhörst zu atmen, wird die Himmel auch so bleiben. So Piloten, attention, ich werde jetzt die Pupelle anwerfen. Alles klar, Peter? Nein, warte noch. Ist die Spritzzufuhr eisfrei, Franzose? Sonst wird mein Vogel noch vor mir anfangen zu husten und zu stottern. Bien sûr, na klar, ich habe in die Angare alles geprüft, geeizt und geputzt. Aber pass auf, Peter. In die Luft wirst du sehr bald in dieser gelben Kiste sitzen, wie in einer, na wie sagt man, wie in einer Tiefkultur. Übrigens, kennst du den wärmsten Vogel, den es gibt, Etienne? Den wärmsten Vogel? Was meinst du damit, Peter? Das ist das Küken von einer Möwe. Wieso das denn? Warum das? Du weißt das nicht. Das ist doch einfach. Das ist das Möwchen. Das hat hinten immer ein Öfchen. Während Pitt noch einmal auf seine Instrumente schaut, überlegt Etienne. Er hat das mit dem Möwchen nicht verstanden. Gedanken verloren schiebt er mit Schwung das Rolltor zu. La 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 la. Oh, boah, boah. Was war das denn? Boah, eine Dachlawine. Wer rechnet denn damit, dass auf dem Hangardach der Schnee ins Rutschen kommt? Eine kräftige Ladung Schnee ist Pitt nicht nur in seinen offenen Doppeldecker, sondern sogar bis tief in den Kragen des Overalls gerutscht. Pitt schüttelt sich fröstelnd. Das ganze Cockpit ist voller Schnee. Peter, alles okay? Oh, pardon. Das war ich mit dem Tor gewesen. Ich hab ein bisschen geknallt damit. Oh la la. La 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 la. Lawinengefahr. Gut, dass ich meine Fliegermütze aufhabe. Mein lieber Peter, du verlierst nicht einmal deinen Humor in die tiefste Schneelawine. Du gefällst mir immer besser. Oh la la. Da kommt deine Schwester. Bonjour, Liesel. Etienne, was ist das denn? Was für ein Anblick. Da sitzt mein Bruderherz im engen Cockpit wie in der Badewanne voller Schaum. Was soll das? Bist du ein Schneetransporter? Willst du gleich über Winkelstedt Frau Holle spielen und deine Ladung abkippen? Also, Liesel, das ist nicht sehr witzig. Das ist eine Katastrophe. Eine große Katastrophe. Peter, es tut mir sehr leid. So, ich mach kaputt eine Lotte. Die ganze Cockpit ist jetzt feuchter. Guck, das Anzeigetafel, die Instrument, alle Elektriker macht jetzt nass den Schnee. Liesel, komm, helf mir bitte und lass uns schnell machen, alles trocken. Ach so, das war ein Unglück. Genau, eine Lawine kam. Von da oben heruntergestürzt. Wie steht in deiner Bibel, alles Gute kommt von oben. Demnach muss es ja für was gut sein, oder? Liesel, du bist eine echte letzte Schwester. Bitte, als Pech gehabt. Hör auf mit den Sportern über Gott und Oliver ein paar trocken Tische. Hm, alles Gute kommt von oben? Ja, das steht tatsächlich in der Bibel. Im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 17, heißt es. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Aber Liesel sagte das nur, um sich über Pete lustig zu machen. War diese kalte Schneedusche denn etwas Gutes? Nein. Aber das behauptet die Bibel auch gar nicht. Hier heißt es nur, dass alles Vollkommene und wirklich Gute von Gott kommt. Und nicht von uns Menschen. Am besten kann man das begreifen, wenn man an Jesus Christus denkt. Er kam buchstäblich aus dem Himmel herab. Er kam zu uns auf die Erde und machte uns das vollkommenste Geschenk. Sein Leben. Gott der Vater, der Vater des Lichts, sandte seinen geliebten Sohn in unsere Finsternis. Aber die Geschichte mit Pete's Dachlawine geht weiter. Etienne, kommen. Hörst du mich? Oui. Je t'ai toi. Je t'ai toi. Niche das. Ich kann sie sogar noch sehen. Über die Stolzach. Echt? Klasse. Schön, dass du noch im Tower bist. Bitte teile der Verkehrswacht mit. Auf der Autobahn 17 läuft alles ruhig. Der Schnee ist geräumt und der Verkehr fließt. Keine sonstige Meldung. Roger. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Also Peter, was ist passiert? Ist etwas mit Leuten passiert? Peter, bitte melde dich. Ich muss sie warnen. Sag schon Peter, was ist da oben los? Peter. Es ist nichts zu fassen. Ich muss sofort dahin fliegen. Hä? Was? Was ist alles in der Welt? Ist mit dir los? Also, was ist da oben passiert? Hilf mir bitte. Da sind die Eiskletterer am Bettachhorn. Oui, alors. C'est ça. Es ist sehr important. Es ist unvichtig. Tja, es ist doch wunderschönes Wetter. Von wegen. Denk mal an vorhin. Nach dem Frischschnee heute Nachmittag herrscht allergrößte Lawinengefahr. Ich bin gleich über Ihnen. Sie sind zu dritt. So ein Leichtsinn, direkt über dem Autobahntunnel. Pit, geh nicht zu dicht runter. Denk an das Bettachhorn-Gipfelkreuz. Liesl, bist du auch im Tower? Ja, ich wollte Etienne gerade einen Kaffee bringen. Hey, sofort weg da. Lawinengefahr für die Autobahn. Ich verständige sofort die Autobahnpolizei. Daran hatte keiner der drei Kletterer gedacht. Direkt unter ihnen liegt die Tunneleinfahrt durch den Bettacher Berg. Wenn sich jetzt eine Lawine löst, donnert der ganze Schnee direkt auf die Autobahn. Nicht auszumalen, was dann passiert. Pit weiß nicht, ob die Männer seinen Warnruf verstanden haben. Nein! Sie klettern achtlos weiter. Höher und höher. Wütend hebt einer sogar die Faust und zeigt auf den Doppeldecker. Sie fühlen sich von dem Flieger beim Klettern gestört. Aber Pit lässt nicht locker. Weg da, Lawine! Sabine? Wie heißt keiner Sabine? Hau ab mit deiner Klapperkiste! Was will der Verrückte nur? Der verscheucht uns mit seinem Doppeldecker die Steinböcke dort drüben. Wir waren so nah dran! So etwas Dummes. Die drei Männer verstehen Pits Warnung nicht. Im Gegenteil. Sie ärgern sich noch über den niedrig fliegenden Piloten. Pit fliegt eine weite Kurve und versucht es noch einmal. Lawine! Vorsicht! Aber die Bergsteiger schlagen weiter ihre Eispickel in die verschneite Felswand. Unaufhaltsam klettern sie auf das Gipfelkreuz zu. Anscheinend haben sie nur die Steinböcke im Sinn. Da! Ein kleiner Eisbrocken löst sich und poltert talwärts. Pit kann es zunächst gar nicht genau erkennen. Doch der Klumpen rollt weiter über den eisigen Fels. Dann wälzt er sich durch tiefen Pulverschnee. Jetzt sieht Pit die aufstiebenden Schneekristalle. Wie ein Pflug wühlt sich der Eisbrocken tief und tiefer in den Hang. Es ist zu spät. Die Spur wird breiter und breiter. Wie auf Schmierseife rutscht ein ganzes Schneebrett ins Tal. Die Lawine ist jetzt schon so breit wie der ganze Hang. Nein! Nur noch wenige Meter bis zur Tunneleinfahrt. Mit einem unheimlichen Donnergrollen stürzt die Schneemasse über den Betonrand. Erst auf der Autobahn kommt die Lawine zum Stehen. Der übermächtige Wasserfall aus Eis, Schnee und Felsgestein ergießt sich auf die A17 und begräbt die gesamte Zufahrt des Tunnels unter sich. Pit, Pit, was ist passiert? Sind Autos verschüttet? Gibt es Verletzte? Hat es gereicht? Oh mein Gott, Katastrophe! Pit, antworte bitte, Pit, antworte mich! Das gibt's doch gar nicht! Das ist das schönste Blaulicht meines Lebens! Was ist los? Erzähl doch endlich! Das müsst ihr sehen! Unglaublich! Also Pit, jetzt bist du sehr macabre geworden! Äh, wie sagt man auf Deutsch? Die waren ja schneller als die Polizei erlaubt! Direkt an der Autobahn auf Fahrt Winkelstedt steht ein Streifenwagen mit Blaulicht und sperrt die Durchfahrt! Das war knapp! Nur ein Lastwagen wurde etwas getroffen! Er steckt jetzt fest im Tunnel! Aber das Führerhaus ist in Sicherheit! Auch die Gegenspur ist abgeregelt! Wunderbar! Etienne, gib mir den Kaffee zurück! Den brauche ich jetzt selbst! Das war wirklich knapp! Mein Anruf bei der Polizei ist noch nicht mal fünf Minuten her! Also das ist sehr interessant! Das ist unglaublich! Die deutsche Polizei ist wirklich schnell wie die Blitze! In Frankreich wäre der Gendarmerie erst im Frühling gekommen! Wie konnte Pit das nur voraussehen? Was meinst du, Liesel? Woher hat er gewusst, dass es zur Lawine kommen kann? Kommen muss! Du bist lustig! Also, Pit wurde doch auf dem Morgen fast selbst ein Lawinenopfer! Deshalb wusste er, dass es nicht ungefährlich ist heute! Frischer Schnee und viel Sonne! Es ist sehr gefährlich! Alles Gute kommt von oben! Dann ist die Lawine von heute früh ja wirklich zu was gut gewesen! Also, was sagst du bitte? Ach nichts, vergiss es! Da kommt Pit gerade angeflogen! Prima Landung! Mach schnell das Rolltor auf, dass er gleich ins Warme kommt! Aber Vorsicht beim Öffnen! Also, das ist nichts Gutes von oben, kommt er! Ja, Pit konnte früh genug vor der Lawine warnen! Das war wirklich die Rettung in letzter Sekunde! Und das alles nur, weil er ahnte, welche Gefahr bestand! Er hatte aus seinem eigenen Missgeschick etwas gelernt und konnte andere davor bewahren! Der leichte Rums am Rolltor reichte aus, um Pit im Doppeldecker mit Schnee zu begraben! Der kleine Eisbrocken am Bettachhorn reichte aus, um eine ganze Autobahn zu verschütten! Kleine Ursache, große Wirkung! Ein kleiner Leichtsinn kann einen schlimmen Schaden anrichten! In der Bibel, im Jakobusbrief Kapitel 3, steht ein ähnlicher Vergleich! Unsere Zunge, ein winziges Körperteil, reicht aus, um anderen sehr weh zu tun! Sie kann der kleine Funke sein, der einen ganzen Wald anzündet! Deshalb, sei wachsam! Pass auf! Auch Kleinigkeiten können Katastrophen anrichten! Selbst eine klitzekleine Sünde kann uns ins Verderben stürzen! Deshalb bringe jede Kleinigkeit gleich vor Gott! Dann kann viel Böses verhindert werden! Und denk dran! Auch die kleinste Sünde muss von Gott vergeben werden! Genauso, wie er dir auch die größte Sünde vergeben kann! Mach's gut! Gott ist da! Öffne deine Ohren und sei vor Gott ganz still! Dann kannst du auch hören, was Gott dir sagen will! Gott ist da! Er ist ganz nah neben dir und neben mir! Gott ist da! Er ist ganz nah neben dir! Ja, glaube mir! Öffne deine Augen und schau dir alles an! So längst du zu sehen, was Gott nur schaffen kann! Gott ist da! Gott ist da! Er ist ganz nah neben dir und neben mir! Gott ist da! Gott ist da! Decker! Hier bei Radio Doppeldecker! Ich hab da ein paar Fragen! Ja! Ja! Und gar nicht wenige! Gott ist da! Gott ist da! Gott ist da! Ja! Gott ist da! Ja! 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 Gott ist da! Bis zum nächsten Mal!